Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, wir haben heute, ja, den 26.02.2019. Ja, und zu dieser fröhlichen Morgenstunde haben wir einen englischen Reporter, einen englischen Journalisten, der kam einfach mal von der Insel und hatte eine Frage an einer der deutschen Parteien. Na, einfach wunderbar, dann mal wohl auf und dann hier jetzt ab in das Interview. Hallo, hallo, geht das hier? Natürlich, das geht doch, wunderbar. Ja, guten Tag, you are, excuse my English, ja, du bist von London, ja, und du hast eine Frage an mich? Ja, ich bin von der CDU, von Bayern, ja, Bavarien, ja. Ja, ich sehe, du bist von Bavaria, ja, und du bist ein Politiker, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, du hast eine Frage. Ja, ich weiß, ich weiß, was du jetzt in der Bibel, ja, ich weiß, was in der Bibel ist in der Bibel. Ich habe jetzt eine Frage an dich. Okay, kannst du mir erklären, was er es war, was er, 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 ist er, was er, ist er, was er,. the world you know i don't know really it's a difficult question why did you ask that yeah i must tell you you see in the bible in the beginning genesis 1 1 god created heaven and earth you know but in the book of johannes first johannes 1.1 there is a sentence and it sounds in the beginning of the world you know can you decide now what was first yes decided for me please ja das kann ich nicht entscheiden da haben sie mich jetzt vollkommen überfordert aber ich hab da mal eine gegenfrage können sie mir das entscheiden ohne eine herzen lassen to decide hier ist das kann ich verstehen sie können das auch nicht entscheiden ich kann das auch nicht entscheiden dann können wir das ja beide nicht entscheiden ja die sagen uns immer sehr viel von dem was sie da wissen ja doch wir wissen doch was ja aber wir von den christdemokraten wir wissen vieles jahr und so hat er auch noch er denn anders denn you said you know what was in the beginning genau das ist ja nun mal so das können wir nicht entscheiden das ist so tut mir sehr leid für sie ja war eigentlich gerade sehr erfolgreiches interview erst let's it it wasn't really succesful heißt ja sie müssen gehen ja ich sehe das ja ja sie müssen gehen ja ja wir haben es hier können sie entscheiden was war zuerst das wissen wir das wissen unserer heiligen das wissen sie natürlich die heiligen wissen einfach alles nur wir wissen immer nie etwas natürlich warum wissen wir eigentlich nie etwas, weil sie uns jedes Mal was anderes erzählen. Kann schon sein. Bleiben Sie uns wohl auf. Bleiben Sie uns wohl gewogen. Ja, das war es doch mal hier. Ihre Berliner Ecke, Ihr Sprachfunk.